so und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von lego star wars die skywalker sage mit mir den jan wieso dreht sie jetzt verschifft wir machen den sprung ins elenium system gut festhalten es ist die erste ordnung was machen wir uns was einfallen wo hast du dieses schiff her es hat sich doch wohl nicht einer der ratare losgerissen ganz toll die guavianischen sicherheitskräfte geht runter und bleibt da bis ich euch rufe anzolo wir wollen unser geld zurück sofort denkst du ratare zu jagen ist billig kanji club will seine investition auch wieder haben diese bb einheit die erste ordnung ist auf der suche nach genau so einer und nach zwei flüchtigen wenn wir die panzer töne in diesem korridor verriegeln dann sitzen beide banken in der falle ich habe da ein ganz mieses gefühl nein ich muss hier lang diese teddy bär ich habe gerade noch einen ratar freigelassen ob drei oder vier ratare ist auch egal oder keine bewegung der droide gehört uns gutes timing na los wir treffen sie doch wir müssen ein weg zurück zum falschen finden auf dem den wir idealerweise nicht aufgeflossen werden die türen sind versperrt bis wir diesen ratar erledigt haben irgendwo in diesen kisten müsste was gegen ratare sein wenn ich mich nicht sehr täuschen das sieht doch schon besser aus ja ich weiß dass ich hier wechseln muss ja hier die muss jetzt wird raus schieben was denn dieser rat muss raus aus dem aufzug schacht ja und jetzt hier geht es nicht klar hier ist aber was schicken wir es auf diesen förderwand hoch schnell ist das nicht das was gerade eben erst runter gefallen ist wir schicken was hoch um den ratter aus dem weg zu räumen wird schon schief gehen wir gehen zum falten schlagt euch irgendwie zu ihm durch aber wir wissen nicht wo wir sind wir schafft wir wenden das spielte eigentlich gerade geruckelt das kopf geld auf und zurzeit jahren immer größer wie hoch ist inzwischen wo schon ist wo geht es denn jetzt hier hin einen anderen weg einfach nur und haben die ganze bande mitgebracht Das war's für heute. warum Das war's für heute. Geht's hier jetzt hin? Oder geht's hier nur zurück? Ja. Wir werden ihr Geld wohl doch nicht zurückbekommen. Okay. Lass uns das Fachfeld aushalten. Was ausschalten? Das hier. Okay. Jetzt muss ich tauschen. Ab nach oben. Da lang. Oh. Komm, steht da ein. Oh. Was sind das für Fledermäuse? Hier geht's nicht lang. Kommt auch nicht lang. Er hat wohl noch was anderes als Ratare auf seinem Schiff. Da ist noch eins. So. So. Ach so. Wo soll ich denn wissen, was das für ein Passwort hier ist? Was ist das für ein Passwort? Okay. Hätte ich jetzt andersrum gemacht, könnte ich halt hier helfen. Aber hab schon erledigt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. die verwahrungsbereiche mann hat uns ungewissheit jemals von etwas abgehalten wieso ich denn da hochkomme das ist doch nur mit einem freund möglich oder nicht der muss dann im richtigen moment bringt ja nix das kann ich denn hier mit dem schiff machen ach so so jetzt packe ich das dahin man kann jetzt hier oben rein jetzt muss ich das noch mal ändern damit die klappe aufgeht und wir da oben abhauen können ist hier irgendwas? nö fast geschafft, der Falke ist hinter diesen Türen so 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 wir brauchen diesen Kran, aber es sieht so aus, als kann ich nur einen Droid einschalten ja, ihr habt ja einen Droid ja, ihr habt ja einen Droid toll, und jetzt? so 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 also ich sehe hier nichts was mich weiter bringt ich wette das mädchen kommt an den hebel an wo ist sie er netzwerfer so so das ist doch so 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 Frey! Frey! Finn! Jetzt hat er mich gepackt, aber die Tür! Hast Glück gehabt! Sooo... Was sind das für Dinger hier? Geschafft! Ich habe den Balken gefunden! Die will doch irgendwo was... Fynn! Ich denke, ich kann an den Hebel rankommen! Fynn! Ich denke, ich kann an den Hebel rankommen! Fynn! 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 Aha! Jetzt bewegt sich das alles hier! Fynn! 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 Informiert die Erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen, und dass er sich an Bord des Millennium-Falken befindet. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi erheben. Dank eurer Ausbildung kann man mich nicht verführen. Die Waffe. Sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Geh, beaufsichtigt die Vorbereitungen. Schönen, schönen, schönen! Ihr beide seid auf der Flucht, hm? Dieser Droide muss schnellstens zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte, die zu Luke Skywalker führt. Ihr wollt meine Hilfe? Ihr kriegt sie. Eine alte Freundin von mir kann den Droiden nach Hause bringen. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schau. Drei Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Waffe eines Jedi-Hutters. Eine elegante Waffe, die hier zivilisiert wird. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Finde deine Freunde. Was übernehmen wir? Es wird nichts mehr im Weg stehen. Tu es oder tu es mir ab. Es gibt keine Lösung. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Schick zack. Schick zack. Vielen Dank.